Warum macht es keinen Sinn, nur den Körper zu behandeln, nur auf die Symptome zu schauen, nur von der körperlichen Seite her zu gehen? Warum macht es keinen Sinn, den Körper ohne Berücksichtigung der nichtstofflichen Aspekte unseres Seins zu behandeln? In diesem Video soll es darum gehen, warum wir immer die Emotionen, die persönliche Lebensgeschichte und auch die eigene Bestimmung mit einbeziehen sollten, wenn es darum geht, dass wir gesund werden. Mein Name ist Dorothee Rund oder einfach Doro vom Blog Philosophie des Gesundwerdens. Und ja, ich möchte mit dir darüber sprechen, dass es wichtig ist, wirklich sehr, sehr holistisch an das Gesundwerden heranzugehen, dass wir beide Aspekte, die Hardware und auch die Software, berücksichtigen müssen. Das Baumaterial und auch die Information, aus dem gebaut wird. Es ist leider immer noch gang und gäbe, dass man sich unseren Körper sehr platt, mechanistisch vorstellt, auch in unserer Medizin. Ja, wie ein Auto, wo wir mal an ein paar Schräubchen drehen, an ein paar Satzteile austauschen oder wie ein Computer, wo man die richtigen Codes einspeist. Und dann tut er wieder, was er soll. Wir denken, wir könnten alles mit Ernährung, mit Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln isoliert händeln. Aber wir bräuchten dabei nichts, an unserem Lebensstil zu ändern, können ansonsten weiterleben wie bisher, brauchen uns unsere Traumata und die seelischen Bedürfnisse nicht anzuschauen. Wusstest du, wo dein Körper imstande ist? Ich möchte nur ein paar Beispiele nennen. Wir können vegan essen und unser Körper kann einfach selbstständig, ist selbst dazu in der Lage, Cholesterin zu bilden, wenn dein Immunsystem es gerade braucht. Du kannst immer Histaminarme essen oder Antihistaminika schlucken, aber dein Körper kann einfach immer weiter die Diaminoxidazeproduktion runterfahren und die Mastzellen einfach noch stärker aktivieren. Immer und immer wieder habe ich es erlebt, bei Klienten und Lesern, beziehungsweise Histamin direkt aus Neuronen absondern und auch mehr Histaminrezeptoren bilden, also die Sensibilität für das Histamin hochfahren. Denn was der Körper macht, macht immer Sinn. Der Körper tut es immer aus einem guten Grund. Und es kann sein, dass dein Körper einfach vielleicht das Histamin braucht. Hast du darüber mal nachgedacht? Warum macht dein Körper das denn? Warum braucht dein Körper das Histamin? Ich meine, unser Körper ist das Ergebnis von Millionen an ausgeklügelten Evolutionsmechanismen. Was einfach knallhart hat, hat sich einfach nur das Beste vom Besten durchgesetzt. Alles andere ist ausgestorben, ausgesondert worden. Also das hier ist unglaublich intelligent. Und was da geschieht, macht immer Sinn. Und wir müssen nur die richtigen Fragen stellen. Also Histamin ist ein ganz wichtiger Neurotransmitter, der dazu gebraucht wird, dass wir große Stressbelastungen gut aushalten können, dass Reserven auch mobilisiert werden und unser Immunsystem richtig funktioniert, wir geschützt sind. Und unser Körper möchte das Histamin hochhalten, eben in diesen Stressphasen. Das Problem ist nur, dass dabei natürlich Kollateralschäden entstehen, wie du vielleicht gemerkt hast. Oder weitere Beispiele. Du kannst zum Beispiel Eisen schlucken. Viele meiner Klienten schlucken, vor allem Klientinnen schlucken Eisensupplemente. Aber der Körper kann selber körpereigene natürliche Gelate bilden und das Eisen oder auch andere Mineralien einfach wieder ausschleusen, wenn er aus irgendeinem Grund diese gerade nicht haben möchte. Also Eisen nur als Beispiel kann gewisse pathogene Viren, Bakterien und schädliche Darmflora oder auch Krebszellen füttern. Und wenn der Körper sehr gestresst ist, auch psychischer Stress, dann ist der Körper davon überzeugt, dass er sich eben durch einen Eisenmangel schützen möchte. Und von Evolutionswegen, von der Steinzeit her, sind diese Stressphasen immer sehr kurz. Das ist eine ganz neuzeitliche Entwicklung, die nur durch unseren Lebensstil überhaupt möglich ist, dass wir so lange Stressphasen überhaupt erleben müssen. Und das gilt für jedes andere Vitamin und Mineral. Der Körper kann es und wird es auch bei Stress vermehrt ausscheiden. Oder der Körper kann jederzeit Rezeptoren abbauen und einfach diese Sachen einfach nicht in die Zellen lassen. Wir können Supplemente schlucken, teuerste Supplemente. Und am Ende haben wir einfach nur sehr, sehr teuren Urin- und Stuhlgang. Der Körper wird seinen Kurs beibehalten, wenn er davon überzeugt ist, dass dies nötig ist, um unser Leben zu sichern und im Endeffekt uns eine ganz wichtige Botschaft zu vermitteln. Sei dir darüber im Klaren. Das sind alles ganz ausgeklügelte, sehr, sehr äußerst dynamische Mechanismen, die auch wirklich in Sekundenschnelle kann das entschieden und ausgetauscht und umgeschwenkt werden. Und wenn dein Körper davon überzeugt ist, dass es gerade das Beste ist, dich sehr launig, dass du sehr vielleicht abweisend reagierst auf andere Menschen, dich sehr oder sehr zurückziehen möchtest oder sehr erschöpft bist oder sehr reizüberflutet, eben um dich zu schützen, damit du dich regenerierst. Oder um etwas in deinem Leben zu ändern, wenn etwas dauerhaft einfach dich dauerhaft schädigt und du in Bewegung kommen musst, um etwas zu ändern. Dein Körper ist zu alledem in der Lage und das wird er nicht mit so ein paar kleinen Quick-Fixes wieder sein lassen. Wir müssen ja ganz demütig werden und umfassend schauen. Und das sage ich wirklich mit allem Mitgefühl, weil ich es ja selber, weil ich ja selber diesen Weg gehe. Aber jetzt mit aller Ehrlichkeit, um zu verhindern, dass du noch mehr Zeit und Geld und Nerven verlierst, noch mehr Enttäuschungen erlebst. Ja, unser Körper kann sogar Krebs entwickeln, wenn es irgendwie nötig ist, irgendwas einzuschließen, irgendwie den Rest des Körpers zu schützen. Und natürlich, solange es halt eben geht, bis es halt dann natürlich irgendwann kippt, das Überleben weiter zu sichern. Das ist wie so ein Ausfallschritt immer, den der Körper nur tut, dadurch, dass wir eben schon die ganze Zeit heftig in eine bestimmte Richtung gestupst werden oder einen ganz schweren, großen Stoß bekommen. Es ist immer nur ein Ausfallschritt deines Körpers, der versucht, das System da irgendwie aufzufangen, auszugleichen. Dein Körper kann Säuren gegen Basen austauschen und auch trotz aller Detox-Kuren an den Giften festhalten und sie nicht aus den Zellen herauslassen. Dein Körper kann Pathogene wie den EBV-Virus und Borreliose wieder aktivieren oder zumindest die schmerzhaften Nervenerinnerungen oder Antikörper aus vergangenen Infektionen wieder aktivieren. Dein Körper kann, selbst wenn du streng Ketogen isst, streng dich Kohlenhydratfrei ernähren würdest, was kaum möglich ist, aber dein Körper kann jederzeit selber einfach Glykogen aus der Leber mobilisieren, also selber Zucker herstellen und in die Blutbahn schleusen, was besonders mit der Stress eben geschieht. Und dadurch auch wieder zum Beispiel Candida oder ungesunde Darmflora anfüttern oder eben, ja, deinen Körper irgendwie schädigen. Oder auch sowas wie SIBO, also Dünndarmfehlbesiedlung. Wir denken, wir sind so intelligent, wir können den Körper fragmentieren und nach unseren Wünschen lenken und gut ist. Doch wir haben es hier mit einem ultrakomplexen, uralten System zu tun, das beste und bewährteste aus Jahrmillionen an Evolution. Das höchste Bestreben unseres Körpers ist nicht, uns zu ärgern oder gegen uns in den Krieg zu ziehen und uns das Leben schwer zu machen, sondern trotz aller Widrigkeiten, und von denen gibt es in unserem heutigen Lebensstil, weiß Gott genug, irgendwie doch noch, ja, Ausfallschritte zu einer notdürftigen Balance hinzumachen, die einfach uns selber Leben sichern. Und Symptome, Kollateralschienen werden dabei notgedrungen hingenommen. Also ich persönlich sehe nach all den Jahren meiner Erfahrung, auch nach meiner professionellen Erfahrung, keinen anderen Weg als einen großen Schritt zurückzutreten, statt sich mit dem biochemischen Mikroskop auf ein Organ oder ein Symptom oder ein Molekül, wie zum Beispiel das Histamin oder eine Mastzelle zu stürzen oder ewig in der Diagnostik rumzufuhrwerken. Die Frage, probier das einfach mal für dich aus, so als Arbeitshypothese. Brauchst mir nicht zu glauben, aber probier es einfach mal aus. Einfach geh mal in Zukunft von der Frage durchs Leben und wenn Symptome auftreten, schreib sie auf eine Karte. Schreib dir auf, warum macht es Sinn, dass mein Körper das jetzt macht, dass mein Körper jetzt diese allergische Reaktion oder diesen Durchfall oder diese Blähung oder den Brain Fog oder den Ausschlag oder diese Erschöpfung oder diese Gehörempfindlichkeit jetzt macht, diesen Tinnitus, was auch immer die schwersten Symptome sind, diese neben ihren Erschöpfungen. Ich durfte lernen, auf meinem Weg, meinem Körper da ganz tief zu vertrauen und Erstaunliches über mich selber und mein Leben zu lernen. Also schau weniger mal auf deinen Körper, sondern beginne, dich komplett umzutrehen, alles drumherum anzuschauen. Schau dir deinen Lebensstil an, sei ganz ehrlich mit dir selber. Etwas in dir weiß und oft sind da so Konflikte, die uns völlig benebeln, dass wir gar nicht mehr die Antwort finden, dass wir verwirrt sind oder uns nicht erlauben zu fühlen, weil so viele um uns herum von Geburt an uns die Welt erklären. Aber sei ganz ehrlich mit dir, du kennst die Antworten, was muss sich ändern in deinem Leben, was läuft gegen deine Natur, auch Umweltfaktoren, Verhaltensweisen, umgesunde Gewohnheiten, soziale, mentale, psychische, spirituelle Stressoren und Aspekte unseres Lebensstils sind es, die den Haupteinfluss, die wirklich die Determinanten sind für unsere Biochemie und unser Hormonsystem und die unser Immunsystem lenken. Also das wichtigste Hormon ist immer das Cortisol, das Stresshormon, was eben auch direkt mit dem Insulin, dem Blutzuckerhormon zusammenspielt und das hängt am Ende alles im Körper und die Frage ist auch, können sich meine Mastzellen denn überhaupt entspannen? Fühlen sich meine Mastzellen sicher? Was macht, dass meine Mastzellen sich angegriffen fühlen oder was macht, dass mein Körper eben nicht gewillt ist, gerade auf Hochtouren zu fahren und alle Vitamine, zum Beispiel alle Mineralien anzunehmen oder ein gutes Gleichgewicht in den Neurotransmittern zu haben? Diese Herangehensweise können wir indirekt, aber dafür super holistisch, total smart und auch nachhaltig die größte Hebelwirkung erzielen und uns als Mensch auch in aller Wüte und Authentizität gerecht werden. Und wer diesen Weg geht, wird bestätigen, dass es immer weite, heilsame Kreise im gesamten Leben zieht. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, wenn da was für dich dabei war, dann gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere gerne meinen Kanal, um nichts zu verpassen, sei gerne dabei, schau auch, was ich unter dem Video noch verlinkt habe, an wertvollen Ressourcen für dich und es ist ein spannender Weg, es lohnt sich und schön, dass du dabei bist. Alles Liebe für dich, deine Lüte.